Bernkastel Kuhs Bernkastel Kuhs ist eine als heilklimatischer Kurort anerkannte Stadt an der Mittelmosel in Rheinland-Pfalz. Hintergrund Die 1905 zusammengeschlossenen Weinorte Kuhs und Bernkastel liegen im tief eingeschnittenen Moseltal, dort wo die Mosel eine große Schleife macht, sodass Kuhs auf der Spitze einer Landzunge liegt. Der Stadtteil Bernkastel mit seinem historischen Ortskern befindet sich rechts, östlich, Kuhs auf der linken Seite der Mosel und ist ca. 50 km von Trier entfernt. Mit dem Flugzeug der nächstgelegene Flughafen ist er, 30 km entfernt. Der 80 km entfernte Internationale ist über die in weniger als einer Stunde zu erreichen. Mit der Bahn nächster Bahn Halt, Wittlich, IC, Regionalverkehr, dort Weiterfahrt mit Buslinie 300. Mit dem Bus Regionalbuslinie Wittlich-Morbach, mit Regioradlerangeboten, kostenpflichtige Buchung wird empfohlen. Mit dem Schiff Ausflugsschiffe auf der Mosel Anlegemöglichkeiten mit Sportbooten. Mit dem Fahrrad Moselradweg aus den Vogesen über Trier nach Koblenz am Rhein-Mahre Moselradweg aus Daun in der Eifel über Wittlich nach Lieser, westlich von Kuhs. Sehenswürdigkeiten Besonders sehenswert ist der mittelalterliche Marktplatz in Bernkastel mit seinen jahrhundertealten Fachwerkhäusern, dem Renaissance-Rathaus von 1608, dem St. Michaelsbrunnen von 1606, dem Heinz-Schen-Haus und dem schmalen Spitzhäuschen von 1416. Burgen minus eine ehemalige Sommerresidenz der Trierer Erzbischöfe, die 1692 durch ein Feuer zerstört wurde. Bauwerke Renaissance-Rathaus von 1608 Heinz-Sches-Haus, Fachwerkhaus am Bernkastler Markt aus dem 16. Jahrhundert Spitzhäuschen, 1416, Stadtteil Bernkastel Stadtteil Kuhs Wirkungsstätte des Bischofs und Gelehrten Nikolaus von Kuhs, eine schöne Klosteranlage mit gotischer Keppeller und reicher Ausstattung, ein Weinmuseum und eine Bibliothek mit wertvollen Handschriften. Gracher Tor, um 1300, dort ist das Heimatmuseum untergebracht. Kirchen-Stadtteil Bernkastel, katholische Pfarrkirche St. Brichtius, Stadtteil Kuhs, Gustav-Adolf-Kirche, Eiffang, Stadtteil Kuhs. Brunnen und Denkmäler St. Michaelsbrunnen, 1606, auf dem Bernkastler Marktplatz Bärenbrunnen Dr. Brunnen. Straßen und Plätze mittelalterlicher Marktplatz mit seinen Giebelfachwerkhäusern aus dem 17. Jahrhundert. Karlsbader Platz Museen Kusanus Geburtshaus Mosel Weinmuseum, Standort See 4, Heimatmuseum Gracher Tor, Position See 5 Sonstiges unmittelbar oberhalb des Stadtteils Bernkastel liegt eine der weltweit teuersten Rieslingweinlagen, der Bernkastler Doktor. Kino Mosel Kino Radfahren Mare Mosel Radweg Mosel Radweg Mountainbike Touren Schiffs- und Bootstouren Mosel Schiffstouristik Personenschifffahrt Gebrüder Kolb Kanu Verleih Mosel Tours Kanu XXL Kienheim Mosel Kanu Verleih Reil Schwimmen Mosel Bad Bernkastel Kuhs Stadtführungen Stadtrundfahrten Stadtführungen Fahrt vom Stadtzentrum Bernkastel zur Burg mit dem Burglandshut Express Stadtrundfahrt mit der Panoramabahn Veranstaltungen Weinfest der Mittel Mosel Wein und Straßenfest Kuhs Mittelalter Spektakel Weihnachtsmarkt Sommerbühne Mosel Musik Festival Wandern Wanderungen rund um Bernkastel Kuhs Mosel Steig Einkaufen Die Mehrzahl der Geschäfte befindet sich in der Fußgängerzone im Stadtteil Bernkastel. Hier gibt es auch einen kleinen Supermarkt, Mosel Shop, Alte Römer Straße 8er Größere Supermarkt-Filialen sind im Stadtteil Kuhs zu finden, Edeka, Aldi, Lidl, Rewe, Bonbon Willi, Fußgängerzone, ist auf jeden Fall sehenswert. Dort werden Bonbons auf historische Art und Weise hergestellt. Geldautomaten Sparkasse Mittelmusel, Römerstraße 50, Stadtteil Bernkastel, Fußgängerzone, Sparkasse Mittelmusel, Kusanusstraße 24a, Stadtteil Kuhs, Sparkasse Mittelmusel, Wuppertalstraße 1, Stadtteil Kuhs im Rewe Markt Vereinigte Volksbank Reifreisenbank EG, Gestade 6, Stadtteil Bernkastel an der Touristinformation Vereinigte Volksbank Reifreisenbank EG, Friedrichstraße 1, Stadtteil Kuhs Postbank, im Viertal 25, Stadtteil Kuhs, Deutsche Bank, Kusanusstraße 20, Stadtteil Kuhs Allgemein Altes Brauhaus Alte Kanzlei Dr. Weinstube Gasthaus Burkhard Gracher Torhoffmanns Märchenhotel Anno 1640 Ratskeller zum Landsknecht Chinasich Asiatisch China Restaurant Jade Mr. Fong Gutbürgerlich Hotel Mosel Blümchen Gasthaus Jor Griechisch Restaurant Poseidon Italienisch Pizzeria Europa, Saalei 8 Pizzeria Italia Badstube, Markt 28, Restaurante Pizzeria Spinelli, Bahnhofstraße 11, Pizzeria Park Café, Kuhser Plateau Stegs Eugenspiegel Unterkunft Knaus Campingpark Bernkastel Kuhs Ausflüge Wittlicht Trier-Trabend-Rabach Koblenz-Lda-Oberstein Untertitelung des ZDF, 2020